willkommen zu einem neuen part von pokémon schwarz 2 ich bin gerade hier auf route 6 denn hier gibt es noch hier und da noch ein item zu holen und außerdem haben wir hier noch einen bereich noch gar nicht erkundet und hier ist eine herzschuppe und daher dachte ich bevor wir hier weit eigentlich da weitermachen wo wir eigentlich weitermachen wollten gehe ich erst mal kurz hier hin und schaue einfach mal nach hier unten gibt es sonst weiter nichts mehr okay dann mich doch mal kurz die abkürzung übers wasser mit unserem klaren nummer zwei gut hier ist uns nichts weiter anscheinend genau die trainer versuche ich mal zu überspringen aber ich weiß nicht ob das so gut klappt und wilde pokémon kommen hier und da doch mal vor da könnte ich theoretisch verlieren oder doch mal im funkensprung sprießen lassen für dieses navi top weil ja auch die ep wir haben letzten part die arena in der nächsten stadt da angefangen allerdings werden wir da heute nicht weitermachen habe ich ja schon im letzten part gesagt es sind einfach die trainer zu stark und zwar ein bisschen sehr zu stark um ehrlich zu sein so hier gibt es sonst nichts weiter doch dahin da muss noch was sein dann gehen wir da auch noch mal kurz hin hier gibt es ein item aber auch nicht ein trainer sondern ein pokémon hier ein schnuthelm ach komm luke das schaffst du auch je mehr wir ihn trainieren desto besser weil er wird für die nächste arena halt sehr wichtig sein wir haben ihn ja schon in der arena bisschen trainiert aber wir sind nicht ganz durch was wir allerdings gleich vorhaben ist das macht musste fischern ach wisst was wo ich jetzt hier langen herum jahre so was wir allerdings vorhaben ist zunächst ein guter und unser sechstes und letztes teammitglied fangen allerdings will ich erst mal hier kurz weiterkommen hier unten gibt es nichts weiter ich setze auch mal kurz und schutz sein ich habe keinen bock auf wilde buchmann das sind hier die tms ihr topschutz 31 stück hatte ich jetzt nur 30 so dann geht es hier hoch hier ist der eingang zu elektro die töne aber hier ist noch eine andere eingang da bin ich jetzt immer selbst obwohl hier ist davon die türen 56 gläuter ok aber wir haben einfach mal hier weiter ich dass ich hier wieder auf abwägen komme darauf habe ich mich gar kein bock zu sein nein ist alles dunkel wir haben momentan kein blitz hier müssen wir noch mal zurückkommen wenn wir blitz haben haben wir blitz als dm zufällig jetzt könnte ich das ja unseren vollen sklaven schnell beibringen wäre ja auch möglich so blitz 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 da das müsste uns auf einmal lernen können also von daher ja wunderbar da können wir hier doch kurz auch reingehen ja kein bock du prinzip nach mir du prinzip gut dass wir ihn noch dabei haben war jetzt auch eine spontane idee dass ich hier kurz zurücklaufe weil bevor ich das irgendwann vergesse lieber jetzt machen ich weiß nicht wie groß das hier ist schauen wir einfach mal das auf jeden fall hier müssen wir ach wir haben jetzt keine stärke dabei scheiße unser volks glaube kann kein stärker das weiß ich sonst hätte ich ihm das schon nichts erlernt ja scheiße michel und renne könnten das aber bei dem passt passt das überhaupt nicht ins moveset ah ist das schade ey das heißt hier müssen wir doch noch mal wieder kommen eines tages ich kann ja vielleicht mal schauen was es da für items dann gibt ausgehen mal schauen währenddessen gehen wir kurz noch diesen weg hier oben lang weil da geht es ja auch noch weiter ach ist das euer ernst das ist der normale weg na gut dann geht es jetzt zur nächsten route wir haben ja seit neuesten fliegen für michel flugattacke was ich sowas von mir geil finde und können wir auch wirklich ohne vor allem sklaven herumreisen sehr sehr nice so was ich jetzt allerdings hoffe ist dass wir auf der nächsten route kein von sklaven bauen ich hasse das wenn man wirklich die v1 nicht auf die pokémon direkt einsetzen kann halt das was ich meine zum beispiel wir müssen jetzt zum beispiel auch auf server verzichten weil wir keinen wasser pokémon haben normalerweise müsste ich ja auch auf fliegen verzichten allerdings haben wir glück mit michael dass sie fliegen lernen konnte generell mich jetzt sicherheit zu weiterentwickelt kann sie paar geile attacken noch erlernen wir schauen mal die themen zu ich mal durch oder auch wer anders oder so aber wir schauen die deutsch sogar wenn wir das nächste die mitglied gefangen haben ganz einfach so ich habe jetzt das dem volk sklaven abgelegt um dann platz für das letzte team mitglied zu haben route 7 ist denn das aber da kann man fahrrad lang das gab es auch in zimmer ach das haben wir auch glaube schon mal gesehen wenn ich mich recht erinnere stimmt da vorne wartet noch ein trainer auf uns und noch zwei items ne wahrscheinlich nur ein item und ein an pick hat er fliege weil ja wir haben jetzt ihren trainer wo wir kurz luk wieder trainieren können was ok ja wie top auf 30 haben wir keinen top schutz doch eigentlich schon ja gut dann funken sprung mein ding also wenn es unbedingt sterben will soll uns recht sein inschnitt nicht sehr effektiv aber dafür dass es nicht sehr effektiv ist ganz schön dolle schauen er bei luke brauchen wir auch dann erstmal die entwicklung damit es wirklich hier richtig mitreden kann ja bei michelle genauso allerdings weiß ich nicht wann sich luke weiterentwickelt so hier der trainer was setzen du rei umkampf achte ich also auch wieder ganz überraschend bis park habe ich gesehen und zwei seesok jetzt ok wir haben michelle jonas und luke angriff wird gesenkt das ist mir jetzt ein bisschen zu heikel für luke daher drehe ich jonas oder lieber zu michelle 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 ist mir ein bisschen zu riskant weil ich glaube dass diese kürze vom typ pflanze richtig wenn sie mal ausprobieren aber kassen sie so kürze eingesetzt wird ja ist und die pflanze steht es bewirkt jetzt so dass er den angriff erhöht weil wir mit einer pflanzenattacke angegriffen haben na gut dann rückkehr michelle hätte allerdings hier auch mit fliegen angreifen können wir probieren das einfach mal fliegen es war kommt nach vorne noch schon dort nicht wo er wechselt zum seesokitz das ist sehr sehr dumm von ihm das ist dann dementsprechend sehr effektiv warum bleibt er nicht beim bis park aber weil ich fliegen einsätze gute frage wir machen dasselbe noch mal einfach mal ausprobieren ob es noch mal klappt und ich check ja und er wechselt wieder zum seesokitz was ist mit ihm los will er das bis park unbedingt von chan abhalten ich wollte das war sehr schön michelle so jetzt hat er keine andere wahl mehr jetzt muss er mit dem kämpfen da was ist stärker statt schaufler oder feuerodem beides normal effektiv ich schaue mal die stärke kurz mal an den attacken stärke 60 jäger 80 qualisiert ja ich setze trotzdem mal feuerodem ein in der paralyse die eventuell eintreten könnte ja paralys ist drin aber das macht extrem wenig an wir versuchen mal schaufler jetzt hat es ruhig angreifen können wir sind eh im boden ja schon besser knirscher ok was senkt sich die verteidigung das heißt wir müssen jetzt in zukunft aufpassen setzen noch mal schauflein natürlich jetzt hier die paralyse und gleich bestimmt nicht wow hat doch sehr schön und dann gerne noch einmal feuerodem das team haben wir schön auseinander genommen das gefällt mir weiter so es gibt viele ep wunderbar ja du hast mir gefallen ich muss gleich mal schauen ob topschutz drin ist sind ja gut der wird drei 30 auf dem selben level wie look da kann dann noch doch noch mal ein das kommt man kommt auch nee jedoch herz doch mal an ist das sein ernst das kommt mal und jetzt entkomme ich ja natürlich ah man dort ein beleber einsetzen was gar nicht nötig gewesen wäre das war so nun normal effektiv luke du brauchst unbedingt eine entwicklung aber er wird auf jeden fall zu einem sehr starken pokémon das kann ich euch direkt sagen so hier haben wir ein paar trainer ausgelassen die wir natürlich auch bekämpfen die werden nicht ausgelassen ein züchter eine pikulente ich glaube das ist vom typ wasserflug zufällig das kann nämlich sein wenn ja dann vierfach schwäche gegen elektro tschüss aber eine schwäche hat es auf jeden fall das ist klar das sieht doch schön aus das ist nur ein navitaub weiter können wir welchem level sind denn eigentlich die gegnerischen pokémon 34 bei 2 eingesetzten pokémon die sind deutlich an der level deutlich obwohl wir in der elektrolithöhle waren die man hätte überspringen können wir waren ja schon beim arena kampf wirklich an der level aber jetzt so sicherheitshalber nochmal einen funkensprung einsetzen der karte hätte wahrscheinlich auch gereicht oder ladestrahl aber sicher ist sicher wunderbar so ist das da unten auch nochmal ein trainer ne wenn du auf den holzplanken verweilst fällst du ihn nun am hinter gut zu wissen dann mal lieber da drauf nicht verweilen weiter mal da mal einsetzen hier ist sonst in der nähe nix ein haus wir wohnen hier drinnen und der einblick zwei spielender pokémon macht einen trainer froh sag mal hast du dir denn schon einen emolga geschnappt also falls du einen emolga hast würdest du das vielleicht gegen meinen pokolos tauschen wollen kenne ich nicht pokolos und ich habe auch keins I'm so sorry aber das ist auch wieder so ein Tipp wo man einen pokémon tauschen kann sehr schön so stopp schutz ok war nämlich keiner drinnen ich meine meine dass wir so viele blöde pokémon treffen wir treffen immer noch welche an zebritz da würde ich auf jeden Fall flüchten auf welchem level 33 flucht ah flucht gescheitert man das ist nicht so effektiv ein glück boah trotzdem macht so viel Schaden obwohl es kein Volltreffer war ach lieber zu Michelle na natürlich setzt er in dem Moment Verfolgung ein natürlich wieder ein onentiertod ich wollte eigentlich auf Flucht aber egal habe einfach nur a gedrückt weil ich dachte jetzt wird trotzdem gewechselt es regt auf natürlich greift es als erstes an Boah Michelle überlebt Michelle überlebt wird es ja jetzt sein Verfolgung sehr schön Boah danke Michelle dass das ein Volltreffer war uiuiui Mann ey da ist der nächste Trainer wir haben bisher nur wenige Kämpfe gemacht und trotzdem schon solche Schwierigkeiten so super Tränke ein paar mal einsetzen hier und auf Michelle auch nochmal hat er reicht jetzt erst mal einen Trank aus hier und haben wir auch nochmal kurz gut wir haben halt auch viele Pokémon worauf sich halt die EP verteilen jetzt haben wir Luke frisch gefangen bedeutet die ganzen EP die wir kriegen äh wenn wir an bei Luke bedeutet die Annahmen werden momentan gar nicht gelevelt bruh nur ganz wenig das ist halt gerade der Nachteil den wir so ein bisschen haben aber was ja an sich nicht verkehrt ist im Dreierkampf interessant wow sehr schön sehr sehr schön ähm da da greift Luke das linke Pekulente an Michelle setzt Steinhagel auf alle drei ein hohoho so schön und Jonas setzt Lobkling auf das rechte Pekulente ein wow überlebt doch so Steinhagel hier so das Fassersnob überlebt was nicht so schlimm ist die linke Pekulente stirbt jetzt noch und das Fassersnob können wir jetzt sehr schön besiegen wenn wir alle drei drauf gehen aber warum wurde Luke angegriffen bei Jonas werden Flugattacken sehr effektiv guck mal so ähm da setzen wir wieder Steinhagel ein und mit Jonas machen wir Rückkehr Jonas greift auch als erstes an er hat die höchste Initiative von uns allen Luftschnitt Jonas fährt die Attacke an wunderbar ab wunderbar und Michelle gibt den Rest und hätte es jetzt überlebt der Luke auch noch da gewesen Level 34 für Luke sehr schön endlich ist er auf dem aktuellen Level angekommen Level 37 für Michelle die ist momentan die höchstgelevelte Level 36 für Jonas alle kriegen Level ab geil einrollen was ist das für eine Attacke kenne ich nicht eine Giftattacke an wenn er rollt sich zusammen und sammelt sich dabei werden Angriff Verteidigung und Genauigkeit erhöht Angriff Verteidigung klingt an sich nicht schlecht ist besser als Wachstum momentan weil Verteidigung gehört wird und Spezialen dürfen brauchen wir halt nicht daher ja was Jonas entwickelt sich ja nice wusste ich gar nicht dass es jetzt schon passiert das heißt dass es neben René ist Jonas die erst das erste Pokémon welches die letzte Entwicklungsstufe erreicht hat beziehungsweise Jonas ist auch das erste Pokémon was die dritte Entwicklungsstufe erreicht hat wow ein gigantisches Pokémon Serpi Royale sehr schön so brauchen wir ein paar Tränke oder sowas schauen wir kurz ja hier ein Tränk auf Luke zweiten Supertränk aufgereicht aber egal so Luke will ich weiter trainieren lassen Nico und René müssen dann noch trainiert werden Michelle bleibt erstmal raus nein ich wollte nicht Fliegen einsetzen shit da wechsle ich mal kurz nach Nico nach vorne und da René mal nach vorne falls noch ein Dreierkampf oder ein Dreierumkampf kommt auf jeden Fall ist hier der nächste Trainer also den Turm des Himmels werden wir in diesem Part denke ich nicht erreichen es sei denn der ist gleich hier um die Ecke kann ja sein weil das ist ja unser Ziel sozusagen da ist ja auch Professor Esche hingegangen genau so Funkensprung ein P das hattest du wohl schaffen Luke ein P ist nicht schwer ah easy Ganzenattacke ja gut hier noch ein Tec hinterher 19 Kp verloren Chiller Build das ist das ist das für ein Problem bleib einfach mal kurz drinnen bevor es wechsle ich ah das Vieh ok guten Sprung Schiller what ach du Scheiße ach man komm René du mal nach vorne es frustriert so ein bisschen also ich wusste dass wir mit Luke ein bisschen Schwierigkeiten haben werden aber so starke es war bei mich halt auch so sie hat auch ist das dein ernst ist das dein ernst er hat die erste Mutter auf jeden Fall schlafen das macht nicht so viel Damage es trifft so mehrmals als mehr als zweimal oh René ich bin dass er aufgewacht ist tschüss blödes Vieh so Luke ist wieder geheilt sobald Luke so auf level 36 ist oder so kann er kann er ja erstmal von der 1 weg oh ein Blattstein wie ist bei manchen Pokémon die Entwicklung aus vorrangig natürlich bei Pflanzen Pokémon ein Vorschüler ein Sonnflora ja gut da hat Luke leider keine effektive Attacke gegen aber Michelle hat aber mich ist schon zu hoch gelabelt ähm Nico komm du schaffst das auch wir haben Nico zum Beispiel komplett vernachlässigt nervt nicht nervt nicht ja natürlich trifft er fünfmal natürlich trifft er fünfmal vom Psychoshock das muss ausreichen alles nur vom Typ Pflanzen richtig ja dann reicht das nicht aus scheiße ey ich raste aus komm Luke den Rest schaste hier wie er bin ich ja geht doch es war aber auch Pech dass wir fünfmal getroffen haben gut ich hätte dann wissen müssen hier äh Nico wechsle ich aus oder heile ich jetzt habe ich nicht gemacht war auch so ein bisschen mein Fehler jetzt mit aber ich habe damit gerechnet dass die Sample war da einfach dauernd ist er hat mich so ein bisschen nein ich glaube hier ein wildes Pokémon darauf habe ich jetzt gar keinen Bock weil wir sind hier am Turm des des Himmels angekommen bedeutet da wären wir dann dementsprechend im nächsten Part unser Team mitgliedfang hinter gibt es da noch irgendwas ja ein mini bütz kann man verkaufen ich habe mir noch mal kurz die rote an vielleicht haben wir auch irgendwo irgendwas übersehen ich will hier da oben diese Kosta klingelt na toll hallo Mama hier wo ist denn gerade wir hier auf Route 7 das ist ja toll und verstehst du dich auch gut mit deinen Pokémon du hast nie vergessen dass du es den Pokémon zu verdanken hast dass du so viel herumkommst dafür solltest du entstehend dankbar sein und zügig einen Pokémon im Center aufsuchen wenn sie angeschlagen sind ich möchte daraus Erfahrung ich habe es erst mal am Empfang eines Pokémon Centers gearbeitet so noch das war es für den Augenblick von hier hier geht es wohl weiter mit der Route da werden wir erst nach dem Turm des Mützes und nach der Arena hingehen aber hier in dieses Haus will ich kurz noch ja mir sowieso noch na gut Zeit haben wir jetzt eigentlich nicht mehr aber egal so lange Zeit als ich und meine Frau noch jung und schlank und krank waren hat unweit von hier ein gewisses Pokémon Borius und Reutelos eine Lektion erteilt 30 Jahre hat mir danach Ruhe vor ihnen ich zeige es dir das ist Borius ah die Viecher das ist Voltholos dachte ich damals was ist denn das für Pokémon der Name des Pokémon welcher henebein strahlt hene wieder zur Resonative lautet Demeteros das ist dieses Pokémon hier hier in Einhall gibt es ein Pokémon namens Voltholos das Blitz und Donner bringt und eins namen Borius das starke Regenfall verursacht verdient euch die Religion und lassen uns überall stürmen und tagen euch wohl nehmen sie mir die Ernte ein Pokémon Team sieht ein bisschen müde aus du solltest ihm eine Pause gehen ja ein Heilungshaus sehr schön das brauchen wir unbedingt natürlich habe ich jetzt ein Nico geheilt was süß nicht nötig war dann dementsprechend habe ich sie mir mit Eingungen gesehen zwar war ihre Gestalt ganz anders als man sich erzählt aber es muss sich dabei um Demeteros Borius und Voltolos geheimnet haben wir holen jetzt noch kurz dieses Item was wir da links gesehen haben hier raus und das hier ach das ist ein Trainer cheat dann habt ihr noch mal ein paar Minuten länger jetzt hier weil hier noch eine Vorschülerin ist mit dem Flampion da will ich auf jeden Fall wechseln da wäre wiederum Michelle wieder gut aber allerdings könnte das bestimmt auch Nico schaffen ich hoffe es Wuschler okay oder wie auch immer Psychoshock hatte ja auch einen kleinen Kampftyp dabei einen kleinen äh einen generellen Kampftyp anscheinend nicht sonst wäre es ja auch sehr effektiv aber das ist normal effektiv daher das ist wunderbar Nico ich habe das gar nicht gesehen den Trainer hier ich dachte hä wo bin ich hier zugegengelaufen habe es angesprochen und dann ups so nach dem Motto Elixier ui Elixier hat das nicht äh AP und Kapi oder 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 nee das ist halt ach nochmal Elixier nee das ist halt LAP eines Pokémon um 10 oder so ich glaube so war das egal wir sehen uns im nächsten Part hier an der Stelle wieder bis dahin und tschüss und freut euch auf das letzte Teammitglied bye-bye bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal